Gut, das sieht gut aus. Schicken wir schon mal die Einheiten an durch. Wichtig sind mir vor allem die Einheiten hier. Ja, das sieht jetzt auch nicht so aus, als wäre hier irgendwas, was großartig schmerzlich ist. Dann kann ich das da schon mal einnehmen. Wahrscheinlich werden die jetzt irgendwo erschossen. Wahrscheinlich steht hier noch irgendwo ein einzelner Panzer oder sowas. Das wäre das übliche Glück. Aber ich glaube, diesmal habe ich mehr Glück als Glück. Okay, dann kann ich den ja mal reinschicken. Und weiter gucken, was hier noch so ist. Ah, hier oben ist, äh, Web-Ende. War ganz wichtig. Aber wir sollen ja auch alle töten, deswegen müssen wir das jetzt mal tun. Ah, hyper, hyper, hyper. Ich kann den dann wieder kaputt machen, der ist besonders gefährlich. Ich bin sicher, ich habe hier noch irgendeine Türmchen rumliegen. Und wie ich an die andere Einheit, die Schiffseinheit, die hier rumsteht, komme. Ich vermute, dafür muss ich dann Flieger bauen. Ja, zumindest die kriege ich so. Ja, das ist doch schon mal gut. Ah, verdammt. Ich wollte nicht auf die Einheit klicken. Oh, der stellt mich einfach an den Fluss und hofft, dass sie vorbeikommen. Das geht auch. So, hier tauchen wir doch da. Gibt es jetzt mal mehr Nagellack oder sowas. Keine Ahnung. Ein Haufen... Produktion begonnen. Reparatur, bisschen Lach drauf und dann ist es wieder gut. Produktion abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Das Ding haben wir schon. Das Ding... Ja. Offensichtlich hat es nicht gereicht, die Fußtruppen um das Gebäude zu erobern. Schade. Ja, da kann ich direkt runterziehen. Und den Rest muss ich aber wieder. Was auch sehr schön gewesen wäre, wäre, wenn sie mehr als nur vier, also gefühlt eher drei Musikstücke für die gesamte Kampagne gehabt hätten. So, was weiß ich, in Nord, äh, Süd, in Mittelamerika von mir aus die drei Stücke, dann in, jetzt in Großbritannien, ein paar andere und so weiter und so fort, aber irgendwie hat es, glaube ich, nicht dafür gereicht. Damals waren sie halt noch ganz stolz drauf, dass sie unabhängig die Hintergrundmusik einspielen können. Das Gute ist, einige von den Einheiten haben nur Kratzer. Andere sind schon recht kaputt. Hier war, glaube ich, schon recht kaputt. Ich müsste mir eigentlich mal raussuchen, was die Spielemagazine den Spielen damals für Bewertungen gegeben haben. Ich glaube, jetzt ist es meins. Also nochmal den Strandjungs. Es gibt ja nämlich noch Schiffe, die kaputt gehen müssen. Und zumindest aus meiner Perspektive sehe ich keinen Hafen. Bereit, Ziel gespeichert. Bereit. Okay, herannte bitte hier. Bereit. Ja, komm, noch zwei Schüsse. Dann ist auch dieses Schiff weg. Bereit, okay, herannte bitte hier. Herannte bitte hier, herannte. Okay, bereit, okay. Okay, herannte bitte gespeichert. Herannte bitte hier. Bereit. Okay, von hier aus kriege ich die nicht mehr. Dann muss ich wieder auf die andere Seite. Die hier laufen aber bitte nur bis da. Und hier hört man schon Hubschrauber. Die ich nicht bauen kann, weil ich kein Gebäude dafür habe. Ja, super. Ich würde behaupten, sie sind noch gut. Das heißt, wir haben hier grundsätzlich immer wieder untätige Fahrzeuge. Ich fahre nochmal hier bitte hier rüber. Okay, da ist noch ein bisschen was drin. Da ist noch ein bisschen mehr. Aber jetzt können wir noch Hubschrauber bauen. Produktion begonnen. Hier wird gleich die Gnosen. Produktion abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Bei den Gnoseinheiten haben wir hier gespeichert. Produktion abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Keiner. Habe ich nicht zwei losgeschickt? Na, ich habe zwei losgeschickt. Einer kam an. Das ist jetzt ein bisschen... Ah, der ist einfach nur kaputt genug. Okay. Dann bauen wir nochmal eine zweite Mine. Da liegt ja auch, dass sie das immer an den Boden. Hallo. Du sollst da. Und go. Da hat er wieder die Hälfte der Gruppe ignoriert. Mal gucken, wie weit ich da komme. Ansonsten, schauen wir mal, was die hier können. Landenkrise. Nicht viel gegen Luft-Einheiten, habe ich den Eindruck. Zielgespeichert, Zielgespeichert. Okay. Zielgespeichert. Okay. Zielgespeichert. Dann habe ich wahrscheinlich fünf Bomber gebaut. Ohne... Ohne Sinn. Ja. Klasma-Bomber. Gut, wir sind gut gegen das Schiff, aber das war's. Da kommt. Ein Bomben ran noch. Das war's. Und zieht euch mal hier rüber zurück. Dann kommen die Hubschrauber hoffentlich hinterher. Ähm, ich brauche Hubschrauber. Produktion begonnen. Ganz normale Hubschrauber. Produktion abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Oh Gott, die ist ja auch so kaputt. Das wird jetzt spaßig. Sechs Einheiten aus zwei Minen versuchen, auf einer Raffinerie zeuglos zu werden. Okay. Na komm. Okay. Hol's ab. Körante bitte hier. Zielgespeichert. Bereit. Äh, welche von den Einheiten ist der? Du bist doch garantiert und derjenige, der nicht weiß wohin? Ja. Okay. Okay. Kann ich diese Hubschrauber noch anders irgendwie rausfinden? Abschießen. Bereit. Ich glaube, das sind die letzten Einheiten, die ich jetzt noch vernichten muss, bevor es fertig ist. Erwarte bitte hier. Erwarte bitte hier. Bereit. Sie haben den Speichern. Oder sind die jetzt tatsächlich schon tot? Okay. Du brauchst doch mal anders Einheiten. Okay. Okay. Wie merke ich mir? Bei wieder irgendwelche versteckten Einheiten. Okay. 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 Erwarte wird gespeichert. Okay. Okay. Zielgespeichert. Oder ein blöder Turbo oder sowas. Zielgespeichert. Da. Bereit. Sie haben den Speichern. Zielgespeichert. Okay. Okay. Da war doch tatsächlich noch eine Einheit. Zielgespeichert. Okay. Naja. Wenn Hubschrauber auf der Mine landet, ist das auch nicht sehr gut. Okay. Zielgespeichert. Zielgespeichert. Bereit. Der Röte wird hier. Der Röte wird hier. Okay. Okay. Zielgespeichert. Es gibt immer noch Einheiten. Der Röte wird hier. Zielgespeichert. 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 Ich mach das jetzt der Schnelligkeit einfach mal so. Nebel aus. Einheiten immer noch nicht entdeckt. Wow. Würde mich nicht wundern, wenn die neben irgendeinem von meiner Gebäude oder so steht. Vielleicht steht sie auch da oben. Wer weiß. Ich schiebe einfach mal jemanden hin. Der wird schon sagen, ob es das ist oder nicht. Nee, die dürfen dahin. Das ist, glaube ich, besser. Wen habe ich denn übersehen? Wer möchte denn noch ein Ticket? Okay. Der BKZ oder was auch mal das ist. Dann machen wir das mal so. Dann bin ich beim nächsten Gefecht, den ich im Krieg wieder aktiv habe. Warten mal 20 Sekunden und stellen fest, es ist immer noch irgendwas übrig. Was ist denn noch übrig? Hier im Schatten kann ich sein? Nein. Wo ist denn noch was? Ich weiß, die Minen gelten nicht als Einheiten. Das wäre nämlich schlecht. Da müsste ich nämlich noch mal über jede Mine drüberlaufen, bis ich sie zerstört habe. Also die drei Produktionszentren gehören mir. Das muss ich noch machen. Übernehmen sie die Fertigungsstätten und zerstören sie alle Einheiten. Sieht jemand von euch noch eine Einheit auf der Minimap? Ich glaube nicht, oder? Oder habe ich einfach nur den Nebel des Krieges ausgeschaltet, aber er ist effektiv immer noch an? Ich sehe es nur nicht mehr. Oh, jetzt sehe ich es. Die haben eben die Mine geklaut. Aber selbst das habe ich auf der Karte nicht gesehen. Das ist ja abenteuerlich. Die hier könnte ich aber gegen Beuna einsetzen. Die Helikopter machen so nicht viel Schaden. Also, der wird ständig gegenrepariert. Mal sehen. Was ist schneller? Die Bomber oder... Ah, da kommen auch die Bomber. Aber ich glaube, die Bomber braucht man auch nicht wirklich.